Erscheinung und Botschaft des barmherzigen Jesus und Mutter Gottes Königin und Botschafterin des Friedens am 7. April 2024 Fest der göttlichen Barmherzigkeit Vergesst alles andere und widmet euer Leben jetzt der Rettung eurer Seelen, denn es gibt nichts Wichtigeres als dies. Ja Kerei, April 7, 2024 Fest der göttlichen Barmherzigkeit Botschaft vom heiligen Herzen Jesu und unserer Mutter Gottes Königin und Botschafterin des Friedens Mitgeteilt an den Seher Marcos Tade UTEIX ERA Bei den Erscheinungen in Ja Kerei SP Brasilien Heiliges Herz meine auserwählten Seelen, ich komme heute mit meiner Mutter am Jahrestag unserer Erscheinungen hier, dem monatlichen Jubiläum zusammen mit dem Fest meiner Barmherzigkeit, um der ganzen Welt zu sagen. Meine Barmherzigkeit wird siegen. Meine Barmherzigkeit wird über alles Böse in der Welt triumphieren, und die gottlosen Throne der Sünde, der Gewalt und des Glaubensabfalls werden zu Boden gestürzt werden, und die Barmherzigkeit, mein barmherziges Herz, wird triumphieren. Meine Barmherzigkeit wird triumphieren und diese Zeit des Bösen, der Sünde und des Glaubensabfalls wird vorübergehen. Und eine neue Zeit der Heiligkeit wird für die ganze Welt kommen, der Liebe zu mir, der Liebe zu meinem heiligsten Vater, der Liebe zu meiner Mutter, der Liebe zum Glauben und der Liebe zum Himmel. Ja, diese gesegnete Zeit wird kommen und dieses Jahrhundert, diese Zeit der Liebe zu Vergnügungen und irdischen Dingen wird verschwinden und eine neue Zeit der Gnade wird über die Welt kommen. Meine Barmherzigkeit wird triumphieren, und dann wird alles, was mein Feind verdorben, pervertiert, korrumpiert, vergiftet, verseucht und zerstört hat, erneuert und verwandelt werden. Und eine neue Welt der Gnade, Heiligkeit und Schönheit wird allen meinen gläubigen Kindern geschenkt werden. Der katholische Glaube wird am Ende triumphieren, er wird triumphieren durch die Rosenkränze, die Gebetsstunden, die Filme und alle Werke, die heiligen Werke meines Sohnes Markus, des Boten meiner Barmherzigkeit. Ja, durch seine lebenslangen Werke wird meine Barmherzigkeit triumphieren, die Flamme der Liebe meiner Gottesmutter wird triumphieren und der katholische Glaube wird schließlich die ganze Welt beherrschen. Abtrünnigkeit, Atheismus und alle anderen Ideologien, die meinem heiligsten Herzen zuwiderlaufen, werden von meinem Fuß zertreten werden, vom Fuß meiner Mutter durch die Hände und Füßchen meines Sohnes Markus. Von der Stimme, von den Werken der Liebe, die er für mich und für meine Mutter getan hat. Auf diese Weise werde ich der ganzen Welt meinen größten Sieg verkünden, ich werde meine ganze Macht und die Macht meiner Mutter zeigen, und ich werde zeigen, dass dieses Wunder, das Geschehen wird, ganz mein Werk und das meiner Mutter sein wird. Ohne die großen und mächtigen dieser Welt zu benutzen, sondern nur mit der Stimme, den Händen, dem Fleisch und dem Körper der auserwählten Seele, des auserwählten Kindes, das wir ausgewählt haben. Auf diese Weise wird unsere Macht noch heller leuchten und die ganze Welt wird schließlich meine heilige Mutter verherrlichen, indem sie ihr unbeflecktes Herz neben das meine stellt und die ganze Menschheit wird sie als ihre Mitterlöserin, Mittlehrin und Fürsprecherin anerkennen. Ich möchte, dass ihr weiterhin den Rosenkranz der Barmherzigkeit betet, meditiert jeden Tag. Wie sehr mag ich diese Rosenkränze, die mein Sohn Markus aufgezeichnet hat, denn sie enthalten meine Botschaften, die Botschaften meiner Mutter und das Leben der Heiligen. So kann ich frei zu meinen Kindern sprechen und mit meiner Gnade und Liebe direkt zu ihren Herzen gehen, um ihre Sünden toten Seelen zu erneuern, aufzuerwecken und zu beleben. Ich wünsche, dass ihr den Rosenkranz der Barmherzigkeit Nummer 61 zweimal und den Rosenkranz der Barmherzigkeit Nummer 7 dreimal betet. Betet weiterhin jeden Tag den Rosenkranz meiner Mutter und kommt an diesen Ort, der der Thron meiner Barmherzigkeit ist. Jeder, der hierher kommt, um mich zu sehen, wird mich voller Liebe und Barmherzigkeit finden, um ihm ein neues Leben in meiner Gnade zu schenken. Aber missbraucht meine Barmherzigkeit nicht. Ich verurteile den Sünder nicht, sondern möchte, dass er innehält, seinen Lieblingssünden abschwört und sich bekehrt. Wenn ihr das tut, werde ich Erbarmen haben. Ich möchte, dass ihr euer Leben ändert, denn ich komme bereits zu euch zurück. Und bald werdet ihr meine Strahlen am Horizont sehen und die Sünder werden mit dem Kopf gegen die Wände schlagen, sie werden ihr Leben ohne mich in Sünde verfluchen, sie werden den Weg der Erlösung suchen wollen, aber er wird verschlossen sein und niemand wird mich mehr finden können. Die himmlischen Stimmen werden verstummen, und dann werden die drei Tage der dichten Finsternis über die ganze Erde hereinbrechen, wenn die Dämonen all jene ergreifen und wegtragen, die nicht in meiner Gnade sind. Seid in meiner Gnade, bleibt in meiner Gnade, lebt in meiner Gnade, lebt in mir. Das ist der einzige Weg, eure Seelen zu retten. Vergesst alles andere und widmet euer Leben jetzt der Rettung eurer Seelen, denn es gibt nichts Wichtigeres als dies. Betet den Rosenkranz meiner Mutter und versucht jeden Tag, eure Herzen mehr für sie zu öffnen, damit ihre Flamme der Liebe ihre Wunder wirken kann. Ich bin lebendig und auferstanden, und jeder, der an mich glaubt, wird ewig leben. Ich segne euch alle mit Liebe, aus Dozule, aus Block und aus Jakarei. Heiligste Maria ich bin die Königin und Botschafterin des Friedens, vom Himmel bin ich wieder einmal gekommen, um meine Botschaft durch den Mund meines Dieners zu verkünden. Ja, ich habe der ganzen Menschheit über viele Jahre hinweg meinen Schmerz durch meine Bilder gezeigt, von denen ich Tränen und sogar Bluttränen hier abgebracht habe. Und jetzt zeige ich meinen Schmerz auch durch die Bilder meines Sohnes Markus. Es sind die Tränen meines Herzens, die durch sein Herz, in dem ich lebe und wohne, für euch sichtbar sind. Es sind Tränen meines Schmerzes, es sind auch Tränen des unermesslichen Schmerzes seiner Seele, die sein ganzes Leben lang geschlagen wurde, durch das Böse der Menschen, durch Ungerechtigkeit, durch Verleumdung, durch Lügen, durch Untankbarkeit, durch Vergessen, durch Verlassenheit, durch Verachtung und durch die Gefühllosigkeit und Härte der menschlichen Herzen. Ja, dieser Mangel an Liebe, diese Lieblosigkeit ist so groß, so stark, so grausam, dass sie mein Herz zerdrückt und mir reichlich Tränen in die Augen treibt. Und so zermalmt sie auch das Herz und die Seele meines Sohnes Markus. Deshalb weinen seine Bilder, und das wird sich so lange wiederholen, bis eure Herzen Busse tun und sich von all dem Bösen, das ihr getan habt, bekehren, nicht nur gegenüber meinem Sohn Jesus und mir, sondern auch gegenüber ihm, diesem Ort und den Sern. Nur so werden unsere Herzen nicht mehr leiden. Diejenigen, die nicht nur mir und meinem Sohn Jesus, sondern auch meinem Sohn Markus geschadet haben, werden nicht gerettet werden, wenn sie keine schwere Busse tun. Das sage ich schon seit den 2000er Jahren und ich wiederhole es. Und wie viele gab es, die trotz Warnung auf diese Weise gesündigt haben. Wiedergutmachung. Busse. Nur dann wird der Schmerz in unseren Herzen verschwinden und unsere Tränen aufhören zu fallen. Lass sie Busse tun, lass sie sich von ihren Sünden abwenden. Ohne Begehrung, ohne Abkehr von seinen Sünden, kann niemand in den Himmel kommen, egal wie viel Kommunion er empfängt, egal was er tut. Begehrung ist nötig. Eine Änderung des Lebens ist notwendig. Nur so wird das Gebet des Sünders dem Vater wohlgefällig sein und von ihm Barmherzigkeit erlangen. Betet den meditierten Rosenkranz Nummer 22 dreimal und den meditierten Rosenkranz Nummer 54 viermal. Gebt auch den Film Stimmen des Himmels Nummer 1 an vier meiner Kinder, die ihn nicht haben, damit sie die Botschaften kennenlernen, die mein Sohn Jesus meiner Tochter Faustina gegeben hat und die von der Menschheit mit Füßen getreten und verachtet wurden. Wie viele meiner Kinder leben und sterben in völliger Unwissenheit über unsere Botschaften und fallen deshalb wie Hagel in die Hölle. Ja, es gibt so viele Seelen, dass, wenn es Hagel wäre, er das Licht des Tages ausschließen würde. Wie die Unwissenheit Seelen in die Hölle bringt. Helft mir, diese meine unwissenden Kinder zu retten, indem ihr ihnen die Filme meines Sohnes Markus gebt, damit sie meine Botschaften und das Leben der Heiligen kennen. Auf diese Weise kann ich diese Kinder vor einem ewigen, traurigen und unglücklichen Schicksal in der Hölle bewahren, indem ich sie mit mir in den Himmel nehme und ihnen ein ewiges Schicksal voller Glück, Herrlichkeit und endloser Freude im Paradies garantiere. Ich wünsche, meine Kinder, dass ihr eure Herzen dem Herrn öffnet, solange noch Zeit ist, und euch bekehrt, denn zu der Stunde und an dem Tag, an dem ihr es am wenigsten erwartet, werden die Geheimnisse ohne Vorwarnung geschehen und es wird keine Zeit mehr für die Bekehrung geben. Seid wachsam und betet, denn Satan will euch mit vielen bösen Gedanken, vielen Versuchungen und Verführungen täuschen. Führt ein heiliges, besonnenes Leben des Gebets, entfernt euch von der Welt und soweit wie möglich von der Verwirrung der heutigen Welt und lebt ein Leben des Friedens und des Gebets. Gott ist reines Handeln, für ihn gibt es kein Gestern oder Morgen, alles ist ein ewiges Heute. Gott ist die reine Liebe. Und aus diesem Grund zeigte mein Sohn Markus meiner Tochter Faustina vor fast 100 Jahren, wer der Apostel der Barmherzigkeit sein würde, durch den mein Sohn Jesus und ich das mit ihr begonnene Werk der Barmherzigkeit vollenden würden. Ja, das Werk der Barmherzigkeit wird hier vollendet werden und bald wird mein Sohn das Werk der Gerechtigkeit beginnen, indem er die Geheimnisse vollstreckt und eine Strafe nach der anderen aussendet. Es wird schrecklich sein, schlimmer als von mehr als hundert Spießen, Schwertern aus Feuer, durchbohrt zu werden. Wehe den Sündern, die Gott verspottet haben und meine Botschaften und Tränen verhöhnt haben. Die Dämonen, die sie verhöhnen, werden sie packen und ins Feuer zerren, aus dem sie nicht mehr herauskommen können. Ja, das werdet ihr sehen, meine Kinder, damit ihr sehen könnt, wovon ich euch mit meinen Erscheinungen befreit habe, die Qualen, von denen ihr durch das Jahr und die lebenslange Liebe, die heiligen Werke, die Opfer, die Schmerzen und die Tränen meines Sohnes Markus befreit worden seid. Dann werdet ihr den Herrn verherrlichen und meine mütterliche Liebe preisen, die in ihrer Barmherzigkeit mächtig für die Rettung von euch allen gewirkt hat. Betet weiterhin jeden Tag den Rosenkranz der Tränen. Bete meinen Rosenkranz. Und was dich betrifft, mein kleiner Sohn Markus, so freue dich, denn heute Morgen gingen ich, mein Sohn Jesus und meine Tochter Faustina noch einmal hinunter in den Marilladen und ich zeigte ihnen den Filmstimmen des Himmels Nummer Eins und all die mehr als einhundert meditierten Rosenkränze der Barmherzigkeit, die du aufgenommen hast. Meine Tochter Faustina war gerührt und verkoss Freudentränen. Mein Sohn Jesus freute sich und sagte wahrhaftig, nein, es gibt niemanden, der meine göttliche Barmherzigkeit, mein Bild und die Botschaften, die ich meiner dieneren Faustina gab, mehr liebt als mein Sohn Markus. Wahrlich, er ist der Apostel, der Ritter meiner Barmherzigkeit. Durch ihn wird meine Barmherzigkeit triumphieren und hier in diesem Heiligtum, das der Thron meiner Barmherzigkeit ist, werde ich schließlich die größten Wunder meines heiligsten Herzens vollbringen und den größten Triumph meiner Barmherzigkeit auf der ganzen Erde feiern. Wir segnen dich in diesem Moment, also freu dich, mein Kind, denn wenn die Welt unsere Herzen mit dem Schwert des Schmerzes durchbohrt, dort im Merialstor, beim Anblick deiner Werke der Liebe, den unbestreitbaren Beweisen deines Gehorsams, deines Glaubens und deiner Liebe zu mir und zu meinem Sohn Jesus, werden unsere Herzen getröstet und freuen sich an dir. Ich segne dich jetzt liebevoll und alle meine Kinder, aus Lourdes, aus Pontmain, aus Jasnagora, Tschnstochau und aus Jakarei.